Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen im Fraktionssaal der AfD im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ein Novum. Uns ist es gelungen, zwei Größen zusammenzuführen. Nach dem Interview, das wir in Thüringen erlebt haben, wir wollen hier keine Gleichsetzung vollziehen. Ich begrüße rechts den Fraktionsvorsitzenden der AfD in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig Landessprecher Dr. Martin Winzenz. Ich begrüße neben mir Dr. Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und jetzigen Vorsitzenden der Werte-Union-Partei. Schön, dass ihr dabei seid. Gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir wollen heute versuchen, die Notwendigkeit eines Politwechsels zu besprechen. Und der ist dringender denn je. Wir erleben das ja, unsere Pressemitteilungen, ob sie die Wirtschaft betreffen, die innere Sicherheitslage, die Außenpolitik. Wir haben eine Situation, die ist höchst beunruhigend und es sind viele Dinge, die irreversibel sind. Das heißt also, wenn die Industrie einmal weg ist, möchten wir bezweifeln, ob sie überhaupt je wieder zurückkommt. Zumindest ist es ein langwieriger Prozess. Wir werden uns über verschiedene gesellschaftliche Themen unterhalten. Diese hervorgerufen durch eine Vielzahl unserer Zuschauer, die uns gebeten haben, diese Fragen zu stellen. Meine Herren, wir fangen mit dem Gastgeber an. Herr Vinzenz, 100 Tage in der Politik. Wir setzen mal hypothetisch voraus. Sie haben Entscheidungswillen hier in Nordrhein-Westfalen. 100 Tage in der Politik bedeuten eine Schonfrist, aber gleichzeitig sind Erfolge vorzuweisen. Wie sind die drei wichtigsten Themen, die angegangen werden müssen? Also auf 30 in dieser Zeit zu fokussieren, ist fast schon schwierig, weil es in so vielen Bereichen so schlecht läuft. Also unsere Herangehensweise von der AfD ist von Anfang an, dass wir trotz unserer Parteifarben den Leuten nicht das Blau vom Himmel versprechen. Also es ist mittlerweile so vieles auch schon, ich sag mal, tief in die Misere gefahren, dass es sicherlich schwer wird, da die weichen Stellen zu fahren. Aber es gibt ganz, ganz große Baustellen, die man immanent angehen muss. Das ist zum einen die Deindustrialisierung, die wir jetzt hier gerade im Wirtschaftsstandort in NRW deutlich spüren, die zu stoppen ist. Und ich glaube, da kann man auch landespolitisch sehr klare Akzente, was beispielsweise die Energiepreissituation angeht, schaffen und dort auch andere Weichen stellen als das, was wir gerade aus dieser schwarz-grünen Romanze sehen. Die Bildungspolitik ist ein großes landespolitisches Thema, wo wir unbedingt in eine andere Richtung müssen. Es muss wieder einen Fokus auf die Kernfächer geben. Es kann nicht angehen, dass mittlerweile ein nicht unerheblicher Teil der Grundschüler nicht mehr lesen, schreiben, rechnen kann, sondern genau das muss der Fokus sein. Darauf kann man dann aufbauen. Alle anderen Dinge, dass freitags dann man sich auf die Straße begibt, um gemeinsam zu springen und zu klatschen fürs Klima, das sind nette Projekte. Aber das kann dann stattfinden, wenn man die Standards einer westlichen Industrienation in der Schule erreicht. Und das muss die Voraussetzung sein, die wir schaffen müssen. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Grundlinien, die Politik schaffen muss. Wir haben dieser Tage die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt bekommen. Es muss, anders als Reul sagt, nicht über Ausländerkriminalität geredet werden. Ich glaube, die Zeit des Redens ist da vorbei. Es muss gehandelt werden. Die Menschen haben einen Anspruch auf eine innere Sicherheit, haben einen Anspruch darauf, sich wieder wohl in ihren Städten zu fühlen. Und ich glaube, das kann man in 100 Tagen realisieren, dass es auch da in der Ansprache an Polizei, an Ordnungsbehörden einen Wechsel auch in der Mentalität gibt, sodass man dort die Probleme nicht nur benennt. Das kann der erste Schritt sein. Ja, es ist gut, darüber zu sprechen, aber man muss sie eben dann auch aktiv angehen. Und man muss auch gewillt sein, sie aktiv anzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann andere, wenn sie dann mal ab und zu poltern, missen lassen. Dr. Maaßen, Sie erheben den Anspruch, in Thüringen Ministerpräsident zu werden. So schreibt zum Minister die Welt. Und ich gehe davon aus, das ist Ihr Anspruch. Sollte ja auch sein, wenn Sie dort antreten. Thüringen ist sicherlich einwohnerzahlmäßig nicht mit Nordrhein-Westfalen zu vergleichen. Aber wo liegen Ihre Schwerpunkte? Ich sage mal, da stimme ich Herrn Vinzenz zu. Eigentlich kann man hingreifen, wo man will. Alles ist marode. Aber auch da muss man letztendlich Schneisen schlagen. Und das größte Problem ist zunächst einmal, dann in der Staatskanzlei zu sitzen. Wenn man in der Staatskanzlei ist, dann ist vieles einfach. Und viele Probleme kann man eigentlich auch sofort lesen. Auch schon in der ersten Viertelstunde. Also eine Weisung an alle Landesdienststellen, die Gendersprache im amtlichen Gebrauch ist, verboten. Ja, Verstöße dagegen werden disziplinarrechtlich gehandelt. Dafür braucht man keine langen Diskussionen. Ordre de Mufti, Weisung raus. So, was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist und schnell gemacht werden kann, einige personelle Entscheidungen. Ich glaube, das wird von vielen unterschätzt, wie wichtig Personalentscheidungen sind. Und die Grünen und die Linken, gerade die, ich sage mal, die SED-Leute in Thüringen, die wissen ganz genau, was Personalentscheidungen bedeuten. Das haben die, ich sage mal, in ihrer Kaderausbildung gelernt. Da kommt es nicht auf Leistung, Eignung und Befähigung an, sondern auf hundertprozentige, besser noch hundertfünfzigprozentige Linientreue. Ja, absolute sklavische Loyalität gegenüber der Partei. Und diese Figuren, sage ich mal, müssen, von denen müssen wir uns trennen. Ja, wir brauchen wieder Leistung, Eignung und Befähigung im Staatsdienst, in der Richterschaft, vor allem in den Ministerien, bei den Staatssekretären, bei den Ministerialdirigenten. Und ich sage, wenn von oben nach unten ein anderes Zeichen gesetzt wird, man sagt ja nicht umsonst, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Wenn von oben nach unten ein anderes Signal in die Beamtenschaft gesetzt wird, dann wird auch anders gehandelt. Da wird auch anders abgeschoben zum Beispiel. Man kann abschieben, wenn man will. Thüringen will es nicht, Pachtou nicht. Da müssen schon die Opfer mit dem Kopf unterm Arm in die Staatskanzlei kommen. Da wird der ausländische Straftäter endlich dann vielleicht mal zur Abschiebung angemeldet. Aber ansonsten passiert nichts. Also Ausländerrecht kann man sehr viel ändern, weil es geht letztendlich um ein exekutives Versagen. Mir kann keiner sagen, dass man unter dem geltenden Recht nicht abschieben könnte. Ich sage mal, Verwaltung ist ein ganz entscheidendes Problem, vor allem Personal. Geld ist ein entscheidendes Problem. Frau Merkel sagte einmal, wir sind ein reiches Land. Na ja, ganz so reich wie damals sind wir heute nicht mehr, aber das Geld ist da. Das kann man auch anders ausgeben. Zum Beispiel könnte man in den ersten Stunden, wenn man in der Staatskanzlei ist, entscheiden, kein Geld mehr für linke Vorfeldorganisationen. Diese ganzen NGOs wird einfach mal dicht gemacht. Brauchen wir nicht. Dient nur der Finanzierung, von Linken, Linksradikalen und Linksextremen keinen Cent mehr aus der Steuerkasse an diese Leute. Und dann kann ich so weitergehen. Dann gucke ich mir die Ministerien an. Ich würde mal sagen, Infrastrukturministerium und Energieministerium, wir brauchen keine Windräder. Wenn Sie von Berlin nach Thüringen fahren, ein wunderschönes Land, da sehen Sie überall diese Windräder. Weg damit, muss ich sagen. Keine neuen Windräder. Ich bin leidenschaftlicher Jäger, gehe gerne in die Natur. Und es ist eine Schande, dass jetzt in den Waldbodentonnen von Beton, Zement reingepumpt werden für diese Windkraftwälder. Und ich sage Ihnen, mein Traum wäre, wenn ich Ministerpräsidentin Thüringen wäre, ich würde über die Schulen die Kinder dazu auffordern, Freitag für die Natur und für die Heimat und für den Klimaschutz. Und dann sollten Sie mal mit Spaten und Hacke dann diese Windräder wieder flachlegen und CO2-neutral entsorgen. Das wäre so mein Traum, damit wir wieder eine vernünftige Landschaft haben, damit die Kinder eine Natur, eine Heimat kennenlernen, ohne diese irren Spargelstangen in der Landschaft. Nun bleibt leider Gottes, was die Windräder angeht, das Thema Recycling bleibt ein noch nicht durchdachtes Konzept. Und wir wissen das vom Baubereich. Jetzt haben wir erlebt, ein Thema, das unsere Mitbürger und unsere Zuschauer beschäftigt, ist das Thema Asyl. Wir kommen nicht umher, über Migration zu reden. Nun ist diese Woche gefeiert worden, der neue EU-Asylpakt ab 2026. Man will Zentren außerhalb Europas einrichten, die dann zu einer schnelleren Entscheidung führen sollen. Diese Zentren sollen erst gebaut werden. Kritische Stimmen sagen, Herr Maaßen, das ist zur Beruhigung, das ist Makulatur, das wird nicht funktionieren. Denn wir brauchen wiederum Länder, die die Menschen dann zurücknehmen. Und hier ist ja auch geplant, dass die Länder, die jetzt nicht bereit sind, anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen, dass die gegen Zahlungen von circa 20.000 Euro sich freikaufen können. Wie gehen Sie damit um? Also in der Tat, aus meiner Sicht ist das nur Wählertäuschung. Das wird zu nichts bringen, weil es einfach auch gar nicht funktionieren kann. Die Leute, die werden nach wie vor versuchen, nach Europa zu kommen. Die werden dann ihr Asylverfahren bekommen. Und es ist klar, egal wie es ausgeht, wir werden sie letztendlich dann irgendwie übernehmen. Sei es, dass es dann wieder Sonderkontingentregelungen gibt, dass es Altfallregelungen gibt, dass es humanitäre Regelungen gibt. Das ist aus meiner Sicht alles Unsinn. Das dient nur der Stärkung einer europäischen Bürokratie. Ich kenne die Vögel in Brüssel, die in der Kommission sitzen und sich sagen, also wir können jetzt hier wieder eine neue Generaldirektion eröffnen mit so und so vielen tollen Jobs. Ja, wir können hier die Europäische Asylagentur noch weiter ausbauen. Es bringt unter dem Strich nichts. Was, ich sage mal, steuerneutral wäre, nein, das wäre eine deutliche Entlastung des Steuerzahlers wäre, wenn man ein klares Signal auf Rot setzen würde, sagen, wir wollen diese Leute nicht. Wir wenden einfach das Recht an. Und das Recht heißt, diese Leute haben keinen Anspruch auf Einreise nach Europa. Sie haben keinen Anspruch. Sie werden auch nicht politisch verfolgt. Der weit überwiegende Teil wird auch nicht politisch verfolgt. Wir wollen diese Leute nicht. Und das muss ganz klar gesagt werden. Und dann hört das Ganze auch auf. Und dann muss auch mit, ich sage mal, auch mit unfreundlichen Bildern auch gegen Schleuser vorgegangen werden. Auch wenn Journalisten diese Bilder nicht mögen, dann muss man vielleicht auch mal die Bundeswehr gegen Schleuser einsetzen. Dann muss man, wie wir es bei Piraten am Horn von Afrika tun, man muss eine, ich sage mal, auch mit einer gewissen Rigorosität die Probleme damit anlösen und bereit sein dazu. Herr Vincenz, wie geht die AfD damit um? Also ich glaube, das richtige Stichwort ist gerade eben schon gefallen. Der Wille dazu muss da sein. Das sind ja die gleichen politischen Akteure, die einem sagen, dass man aus NRW heraus das Weltwetter ändern kann. Ich halte das für schwierig. Aber die dann auf der anderen Seite einem vormachen wollen, dass man 60.000 Ausreisepflichtige Ausländer nicht abschieben kann. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Wenn der Wille da ist, dann gibt es da Möglichkeiten. Das Problem ist nur, dass wir es natürlich juristisch aktuell auch vielen Menschen bei uns einfach machen. Einer der Pull-Faktoren ist nicht nur, dass wir sehr gute Sozialleistungen in Deutschland ausschütten, sondern ich glaube, einer der entscheidenden Punkte, der sich vielleicht auch nochmal differenziert von anderen europäischen Staaten ist, dass wir auch einen starken Rechtsschutz für einmal hier Angekommene bieten, sodass man sich sehr lange juristisch und auf anderen Wegen gegen seine eigene Abschiebung wehren kann. Und das kostet uns im Prinzip doppelt, wenn man so möchte. Von daher gelte es da dringend, wenn unser Koalitionspartner in der Europäischen Union, in der ID-Fraktion, ist der Rassemblement National. Sie haben auf der Position 3 ihrer Europa-Liste den ehemaligen Frontex-Chef aufgestellt. Er hat das in der letzten Zeit sehr pointiert auch dargestellt, dass insbesondere Deutschland seine Geisterfahrt beenden muss. Und auch gerade da die deutschen Grünen ja auch jetzt wieder alle möglichen Abkommen versuchen zu torpedieren mit ihren europäischen Partnern. Man könnte sich anders aufstellen und man könnte es auch anders organisieren, solange es, und ich denke, das wird noch ein sehr langer Prozess sein, solange es eben nicht gelingt, die europäischen Außengrenzen in vernünftiger Art und Weise zu schützen und auch eine vernünftige Aufnahmepolitik im Sinne auch des europäischen Kontinents zu gestalten, solange muss man auf nationale Grenzen zurückgreifen und muss die Autonomie Deutschlands da in den Vordergrund stellen. Und von daher ist es von Anfang an immer eine Forderung der AfD gewesen, dass wir eben da die nationalen Grenzen anders schützen müssen, dass wir uns auch anders artikulieren müssen. Aber noch einmal, um das ganz klar auch zu betonen, gerade Deutschland ist da offensichtlich in Europa eigentlich das zentrale Problem. Nun kommen wir bei dem Thema Asyl und Migration nicht um die Polizeikriminalstatistik herum. Die ist diese Woche veröffentlicht worden. Ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen für Frau Faeser sehr unliebsam waren. Aber wir kommen nicht umher. Das heißt also, 40 Prozent der Täter sind mit nicht-deutschem Pass. Die Täter, die einen deutschen Pass haben mit Migrationshintergrund, werden nicht extra ausgewiesen. Wir erleben das. Wir erleben jetzt neuerlich hier in Nordrhein-Westfalen drei Jugendliche planten Attentate auf Kirchen und Synagogen. Sie wollten sich Waffen besorgen, 14, 15, 16 Jahre alt. Das sind ja nun erschreckende Erkenntnisse. Wir erleben auch, dass es von Soziologen und von Kommentaren, ich nenne hier Monitor-Chefredakteur Georg Restle, der das in seinem Kommentar heruntergespielt hat, man müsse darauf achten, was diese Menschen alles erlebt haben, wenn sie zu uns kommen, was sie früher erlebt haben. Aber steckt hinter der Polizeikriminalstatistik und der Nichtveröffentlichung der Straftäter mit deutschem Pass, steckt da Methode? Und was gilt es dagegen zu tun? Wir haben schon dafür gesprochen, dass wir sagen, diese schnelle Abschiebung muss ja irgendwo sein. Aber erleben wir überhaupt den politischen Willen, dass das eine und ist überhaupt jemand bereit, diese straffälligen Menschen dann zurückzunehmen. Ja, beides ist in der Tat in der aktuellen Ausgestaltung der Politik schwierig. Also wenn wir schauen, wie man dort auch sich in Abhängigkeiten beispielsweise gegenüber der Türkei oder auch anderen Staaten begibt und dort Deals aushandelt, dann ist das ja nicht zu unserem Vorteil, sondern macht die Europäische Union an der Stelle eher erpressbar. Nein, ganz im Gegenteil. Man hat doch eher den Eindruck, man spricht jetzt wieder eigenen Willen jetzt über dieses Problem, weil man es nicht mehr weiter leugnen kann, weil man es nicht mehr weiter kleinreden kann, weil auch da die journalistische Freiheit irgendwann aufhört, sich die Wahrheit zurechtzubiegen, aber ja alles immer unter dem Vermerk, weil es sonst Wasser auf die Mühlen der Falschen wäre. Ich finde, das ist nicht nur absonderlich, sondern relativ abscheulich, wenn man bedenkt, was in der Praxis das für die Menschen hier im Land bedeutet, dass da Todesopfer, Vergewaltigungsopfer, Menschen, die mit schwerer Körperverletzung geschädigt werden, die Folgen dessen sind, dieser völlig unzielgerichteten, völlig maßlosen Migrationspolitik, die man da betreibt und bei einem Bevölkerungsanteil von 15 Prozent in vielen, gerade schweren Bereichen der polizeilichen Kriminalstatistik annähernd die Hälfte der Tatverdächtigen oder der Täter zu stellen. Das ist schon eine deutliche Überrepräsentanz und zeigt auch, die Linken reden gerne über Integration und die Leistungen, die dort abgerufen werden. Wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und investiert in die Integration von Menschen. Es gibt große Untersuchungen, die beispielsweise im Bereich des Islamismus, Jugendliche und hier lebende Menschen aus den islamischen Ländern befragen und man stellt da eigentlich erschreckend fest, was für eine hohe Zustimmungsrate verschiedene extreme Positionen ja dann dort erfahren. Wir sehen es jetzt mit den radikalisierten Jugendlichen hier in Nordrhein-Westfalen, die Anschläge wohl relativ konkret ja schon zumindest in der Planung hatten, wie viel da in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und noch einmal auch da muss es ein allgemeines Umsteuern geben. Das ist nichts, was man kleinreden kann, das ist auch nichts, wo man jetzt drüber reden sollte, sondern es gibt verschiedenste kriminologische Phänomene. Das ist die organisierte Kriminalität, das ist aber auch der religiöse Extremismus, die man schlichtweg einfach anders ernst nehmen muss. Aber Nancy Faeser ist ein gutes Beispiel. Sie wird ja nicht müde zu betonen, dass die größte Gefahr rechts steht. Für sie persönlich vielleicht im Sinne von, dass die Konservativen, die Bürgerlichen, die rechten Parteien am ehesten da ihre Fehler aufdecken. Also für ihre politische Karriere sind wir vielleicht die gefährlichsten von der politischen rechten Seite. Für das Land sicherlich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass hier vieles ganz anders laufen würde, wenn man endlich wieder auf beiden Augen sehen könnte und nicht ständig auf einem Auge blind ist, weil dann hat man genau diese Phänomene, die da sich Bahn brechen und irgendwann schlichtweg auch einfach nicht mehr einzufangen sind, wenn man immer mehr Gelder gegen rechts fordert, was jetzt wahrscheinlich der richtige Reflex dann ist aufgrund der veröffentlichten Zahlen. Das ist eben nicht die Lösung, sondern man muss jetzt eben schauen, dass man konkrete Schritte einleitet, um das dann auch zu beenden. Hans-Georg Maaßen, polizeiliche Kriminalstatistik. Beunruhigen Sie die Zahlen? Was heißt, beunruhigen Sie die Zahlen? Es war doch vorhersehbar. Schauen Sie mal, oder Herr Weber, wissen Sie, zu welchem Rechtsgebiet das Ausländerrecht gehört? Zum Polizei- und Ordnungsrecht. Polizei- und Ordnungsrecht. Das gehört nicht zum Sozialrecht. Das gehört nicht zum Bürgerlichen. Polizei- und Ordnungsrecht. So ähnlich wie auch das Bauordnungsrecht, das dafür sorgt, dass die Häuser nicht einstürzen müssen, bestimmte Voraussetzungen beim Bauen erfüllt sein. Polizei- und Ordnungsrecht deshalb, weil das Ausländerrecht dazu dient, sicherzustellen, dass die Deutschen und die in Deutschland lebenden Menschen, rechtmäßig lebenden Menschen, nicht Ziel von übergriffen werden. Dass hier in Deutschland sich keine organisierte Kriminalität ausbreitet, dass hier in Deutschland keine schleichende Landnahme stattfindet von Ausländern, die hier nicht hingehören. Dafür haben wir das Ausländerrecht als Teil des Polizei- und Ordnungsrechts geschaffen. So was Frau Merkel gemacht hat, war nichts anderes, als dieses Polizei- und Ordnungsrecht in Teilen einfach zu ignorieren oder abzureißen. So ähnlich wie wenn der Deichgraf sagt, also wofür brauchen wir einen Damm an der Nordsee. Es ist doch schöner Blick auf die Nordsee ohne die Dämme. Einfach abreißen. Und dann gibt es eine Sturmflut und dann sagt man, bin ich schuld? Das Wasser ist halt da. So was Merkel gemacht hat, war letztendlich, sie hat diese Menschen ins Land gelassen und sie wusste ganz genau, was das für Folgen hat für die in Deutschland lebende Bevölkerung, für die Deutschen, wenn Menschen aus fremden Kulturräumen kommen, mit einem völlig anderen Verständnis, wie man Probleme löst. Zum Beispiel mit Gewalt kann man das lösen, in anderen Ländern bei uns nicht. Die hat sie hier hingelassen. So die nachfolgenden Politiker, Scholz, Fäser, machen das ganz genauso. Jetzt tun sie so, ach, das ist halt so. Ja, ich mache nicht den Vorwurf einem syrischen Asylbewerber, der hier Menschen umbringt. Natürlich kann ich mir einen individuellen Vorwurf machen. Den Hauptvorwurf, den ich mache, das ist in Richtung Politik. Und diese Leute haben Namen. Das ist Frau Merkel, das ist Herr Scholz, das ist Frau Fäser. Sie sind politisch schuldig. Ja, sie sind politisch schuldig daran, dass diese Straftaten in Deutschland begangen werden. Und Sie haben vorhin auch angesprochen über die politische Diskussion darüber. Herr Restle, ich kann diese Politiker und auch diese Haltungsjournalisten durchaus verstehen, dass sie, ich sage mal, den Fokus von der Politik weglenken wollen auf das Individuum. Und dann sagen, dem armen Syrer kann man doch keinen Vorwurf machen. Der hat doch Gewalterfahrung zu Hause gehabt. Wir müssen doch Verständnis haben. Oder es dann gesagt wird, ja, wir müssen auch sehen, aus welcher Altersgruppe diese Leute zu uns kommen. Junge Männer sind halt anders als Männer mit 61. Ja, das kann ich verstehen, dass sie so argumentieren. Ich als Rechtsanwalt, als Verteidiger würde ich genauso argumentieren. Die wollen ablenken davon. Es geht nicht um den einzelnen Täter, sondern es geht um die Politiker. Die Politiker, die Namen haben, die daran schuldig sind, die daran politisch schuldig sind, dass diese Menschen, dass Menschen in Deutschland sterben, die heute noch leben könnten. Ich glaube, 1200 Tatverdächtige im Bereich Mord, ausländische Tatverdächtige im Bereich Mord gab es im letzten Jahr mehr. Ja, ich nehme an, dahinterstehen bestimmt 1000 Morde. Ja, das sind 1000 Menschen, die noch leben könnten, wenn wir eine andere Politik hätten. So, und aus meiner Sicht geht es darum, nicht nur, ich sage mal, diese Zahlen wieder zurückzuführen, sondern es geht auch um eine politische Bewältigung dessen. Die politischen Täter, die dafür verantwortlich sind, dass das Polizei- und Ordnungsrecht, hier das Ausländerrecht, nicht angewandt wird, sind zur Verantwortung zu ziehen. Haben Sie die Hoffnung, dass das geschieht? Bei einer Politikwende, ja. Also unter diesen Umständen wird es hier, denke ich mir, natürlich keine Aufarbeitung geben mit Rot, Rot, Grün und CDU und CSU wird es keine Aufarbeitung geben, weil es ja alles Mittäter sind. Wir brauchen eine Politikwende, damit es auch zu einer Aufarbeitung kommt. Nun ist ja das neue Disziplinarrecht nicht dazu angetan, dass ein Beamter da einen Mund aufmacht, weil er Sorge hat, er würde die Regierung und deren Handeln delegitimieren. Aber wir haben uns ja in unserem Interview darüber unterhalten, wenn es einen Regierungswechsel gibt und dass dann auch Frau Faeser sicherlich darunter leiden könnte, wenn dieses Disziplinarrecht greifen sollte, dass man sagt, okay, man trennt sich von diesem Beamten. Ja, liebe Zuschauer, das Thema Migration, lassen Sie sich bitte nur zwei Zahlen sagen. Im vergangenen Jahr waren 74.622 Abschiebungen geplant, davon sind 5.033 realisiert worden, weniger als sieben Prozent. Das heißt also 93 Prozent sind nicht abgeschoben worden. Nun als Unternehmer und als derjenige, der verantwortlich ist bei Hallo Meinung, sehen wir sehr viel Emotionen bei Kleinbetrieben, bei Mittelstandsbetrieben und bei der Industrie. Die haben Angst. Die Verbände sind nicht diejenigen, die die Angst nach außen zum Tragen, zum Erscheinen bringen, weil die Verbandsvorsitzenden in aller Regel mit der Politik so verklüngelt sind oder in der Politik waren, dass sie sagen, ich will da nicht anecken, wir sehen uns beim Golf, wir sehen uns dort, wir sehen uns auf der Jagd. Ich habe keine Lust, mit demjenigen von der Partei überkreuzt zu kommen, denn schließlich habe ich Vergünstigung davon. Wenn wir jetzt erleben, die Energiepreise und es heißt immer wieder Transformation, wir müssen die Transformation schaffen, wir müssen sie schaffen und wenn man weltpolitisch das anschaut, sind wir wirklich das einzigste Land, das in dieser Form das so vorantreibt. Nun ist die Wirtschaft, viele haben uns geschrieben, was wir erleben ist eine Kamikaze-Handlung und führt zum Absturz eines nicht mehr gut zu machenden Vorgangs. Martin, die deutsche Wirtschaft, 18 Millionen Einwohner, Nordrhein-Westfalen, industriestarkes Land, der Mittelstand, 40.000 Betriebe stehen davor, dass sie keine Nachfolger finden, aber wie gehen wir damit um? Ja, Insolvenzen, Jahr für Jahr quasi neue Höhepunkte, die dort erreicht werden und auch dort, wenn Habeck sagt, um die Wirtschaft steht es nicht so schlecht, das sind nur die Zahlen, zeigt das irgendwie auch ein enormes Bildungsdefizit, denn auch Realitäten drücken sich eben durch Zahlen aus. Tatsache ist ja nun aber, dass man auch dort im Prinzip von mir aus, wenn man die Zahlen nicht betrachten möchte, sondern sich in linker Art und Weise um die Einzelfälle kümmert, da gibt es Familienunternehmen, die haben zwei Weltkriege überlebt und sind jetzt nach zwei Jahren Ampel im Prinzip vor die Wand gefahren. Das sind Familiengeschichten, da haben ganze Generationen etwas aufgebaut, haben Werte geschaffen, haben Leute Arbeitsplätze gegeben, die jetzt vor dem Aus stehen. Da kann ich diesen Unmut, der sich da teilweise Bahn bricht und jetzt auf einmal Delegitimation des Staates sich nennen soll, kann ich in Teilen sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn man diese Familiengeschichten ausradiert, wenn man Menschen an den Rand ihrer Existenz bringt, dann muss man als Politik auch mit einem gewissen Unmut rechnen und das ist, finde ich, auch nur richtig, natürlich alles im Rahmen und alles auch im Rahmen der geltenden deutschen Gesetze, da ist das Strafgesetzbuch und andere sicherlich das, woran man sich dazu orientieren hat. Aber da kann es eben nicht dann, ich sage mal, Gegenreaktionen geben, wie wir das jetzt erleben, dass man die Meinungsfreiheit einschränken möchte, weil man sich nicht mit seinen eigenen Taten konfrontiert sehen will in der Politik, sondern ganz im Gegenteil, das muss man sich auch anhören und da gibt es nun mal auch mittlerweile in einer, du hast es gerade eben schon richtig ausgeführt, selbst in der Unternehmenskommunikation, die ja traditionell sehr defensiv ist, wo man niemanden auf die Füße treten möchte, wo man keine Käufer, keine Kunden verschrecken möchte, wo man also dementsprechend immer eher leise tritt, gibt es ja jetzt doch viele prominente Beispiele, die sagen, so in dieser Art und Weise kann es nicht weitergehen. Und das zeigt sich leider, was linke Politik im Einzelnen ausdrückt. Also viele Menschen sind sich offenbar vielleicht auch gar nicht mehr bewusst darüber, vielleicht auch über Merkel-Jahre, wo lange Zeit in der Politik vieles stagnierte, wo man den Eindruck hatte, mein Kreuz verändert eh nichts. Doch in der Tat, wenn man diese linken Mehrheiten wählt, wenn man dort den Parteien in die Ämter verhilft, dann ändert sich in diesem Land nicht schlagartig etwas, aber peu a peu und peu. Und es kommt gerade etwas ins Rutschen, was sich dann durchaus beschleunigen kann. Auch dort muss es dringend ein Umdenken geben. Wir können nicht mehr länger davon ausgehen, dass in einer Nation, die sich über Generationen Wohlstand aufgebaut hat und fast jetzt über einige Generationen diesen Wohlstand nur noch kennt, dass das für immer so ist. Es gibt auch andere Zustände. Das haben viele vergessen, insbesondere politische Akteure in Berlin und Düsseldorf, dass dieser Wohlstand erarbeitet werden muss, auch gehalten werden muss. Dass Menschen zur Arbeit gehen und in ihrem Mikrokosmos funktionieren, anders als die Politik im Großen, die eben nicht mehr funktioniert, aber dass vor den Lohn der Schweiß gesetzt wurde und in einem ausbordenden Sozialstaat, in diesen ausbordenden Weltrettungsfantasien dieser Weltinnenpolitik, feministische Außenpolitik, die in aller Herren Länder Geld verteilt, ist es offensichtlich nicht mehr en vogue, ist es offensichtlich nicht mehr in Ordnung darüber zu sprechen, dass man heimische Wirtschaft natürlich auch stärken muss. Dass man natürlich auch Interessen der Wirtschaft berücksichtigen muss. Das wurde in den vergangenen Jahren, gerade in linken Kreisen, ja durchaus immer wieder diskutiert, als wäre die Wirtschaft der Feind. Aber Tatsache, zur sozialen Marktwirtschaft, bevor ich etwas verteilen kann, muss ich erstmal etwas erwirtschaften. Und dieser Teil kommt durchaus zu kurz und ich glaube, da muss man dringend in einen anderen Dialog starten und in einen anderen Dialog treten. Das, was wir jetzt erleben, dieser Staat kann kaum anders. Diese, ich überschwitze jetzt mal, aber diese Palastwirtschaft wird in eine Spirale der Intervention sich verfallen, wird versuchen, staatlicherseits immer wieder neu zu regulieren, immer neue Stellen aufzubauen und es von oben herab zu dirigieren. Ich glaube, das ist genau diese linke Ideenfalle, in die man uns dort manövrieren möchte. Das Gegenteil wäre richtig. Mit einer AfD-Politik gibt es weniger Intervention des Staates, sondern eher ein Rückzug, weil wir haben es dort mit Fachleuten zu tun, die wissen, was sie tun. Die führen Unternehmen teilweise seit, wie gesagt, Dekaden. Es geht eher darum, dass man nicht neue Gelder verteilt, sondern dass die Hände aus den Taschen derer nimmt und nicht immer weiter Gelder abnimmt und versucht, durch Regularien verrückte Dinge auf den Weg zu bringen, die uns international völlig wettbewerbslos dastehen lassen. Man kann grünen Stahl hier in Nordrhein-Westfalen sicherlich mit viel Subventionen und viel Mühe herstellen. Das ist dann halt noch nicht mehr wettbewerbsfähig. Niemand wird diesen grünen Stahl, außer es gibt dafür tolle Zertifikate, die man sich dann wieder bezahlen lässt, kaufen. Also es ist eine in sich Wirtschaft, die nur noch in sich zwischen Bürokraten funktioniert, aber nicht mehr auf einem freien Markt zwischen unterschiedlichen Ländern. Und ich glaube, da kann Politik eines der besten Gefallen den Menschen tun, indem die Politik die Menschen mehr in Ruhe lässt, mehr Geld bei den Menschen, bei den Firmen belässt und sie es dann regeln lässt. Also ich glaube, bevor man dann Versprechungen von oben herab macht, wir machen das und wir geben hier und wir zahlen hier. Man sieht, seit vielen Jahren, nicht erst seit den letzten Jahren, seit vielen Jahren investieren große Firmen nicht mehr an diesen Standort, weil sie schlichtweg das Vertrauen in die Bundesrepublik in Nordrhein-Westfalen verloren haben. Und das kann Politik auch wieder zurückgewinnen, aber dazu muss es auch da eine absolute Wende innerhalb der Politik geben. Hans-Georg Maaßen, wenn ich auf der Autobahn bin und fahre Richtung Erfurt, Suhl, ich sehe sehr, sehr viele Betriebe, die in den letzten 30 Jahren aufgebaut worden sind. Ich sehe einen hervorragenden, bisher funktionierenden Mittelstand, habe aber auch Zuschriften, die die Redaktion auswertet, dass die Menschen Angst haben und dass verschiedene Betriebe schon aufgegeben haben bzw. weggehen. Da ist Polen ein Standort. Ergänzungen zu Martin Vincenz und ihrer Ausführung zu Thüringen. Zunächst einmal, also die Menschen in Thüringen sind, glaube ich, nicht ganz so wohlhabend wie im Westen Deutschland. Die haben den Wohlstand sich in den letzten 34 Jahren hart erarbeitet und das macht, glaube ich, auch einen Unterschied aus. Hier im Westen in Nordrhein-Westfalen gibt es viele Enkelgenerationen. Die Firma hat schon der Urgroßvater hochgebaut, der Großvater hat sie erweitert, der Vater hat sie ordentlich geführt und dann ist man Erbe. Man nimmt das einfach als gegeben wahr. Wenn ich dann durch Thüringen fahre, aber auch durch Sachsen, ist das anders. Die erzählen mir, die haben 1990 klein angefangen. Die waren kleine Angestellte oder leitende Angestellte in einem Kombinat gewesen oder haben gerade ihren Abschluss gemacht oder der Papa hat einen Handwerksbetrieb gehabt, den er in der DDR führen durfte und haben dann aus diesem kleinen Handwerksbetrieb ein großes mittelständisches Unternehmen gemacht. Das heißt, die haben gesehen, was für Schweiß, was für Zeit, was für Geld, was für Risiken die eingegangen sind und gehabt haben, um das zu erreichen, was sie jetzt erreicht haben. Und wenn jetzt so eine Glashütte in Südthüringen, die stellen Glas her, brauchen dafür Gas, wenn die sehen, die sind nicht mehr konkurrenzfähig mit ihren Produkten. Oder es könnte vielleicht auch zu einem Lieferengpass kommen und so eine Glaswanne, ich weiß nicht, 1000 Grad heiß ist, wenn die einmal auskühlt, kann man die ganze Fabrik wegschmeißen. Wenn die sehen, wie hier die Politik mit dieser Wirtschaft umgeht, dann verstehen sie die Welt nicht mehr. Und dann sagen die mir, Herr Maaßen, diesen Irrsinn kennen wir ja schon. Das hatten wir ja schon, Herr Maaßen, wir kommen aus der Zukunft. Wir hatten das bis 1989 schon alles gehabt, wo dann Journalisten nachgebetet hatten, was Politiker denen aufgetragen hatten, wo niemand mehr wagte, in Frage zu stellen, außer hinter vorgehaltener Land, wenn man sich umgedreht hatte, im Restaurant oder in der Gaststätte sitzt der Richtige hinter mir, dass ich das so offen sagen kann. Und mein Eindruck ist, wir schlittern in diese Zeit wieder hinein. Also wenn hier zum Beispiel davon gesprochen wird, Sie haben das Wort Transformation vorhin erwähnt, Herr Weber. Wenn Politiker sagen, wir kennen keine roten Linien, hat ja Scholz gesagt, er kennt keine roten Linien. Ja, wir müssen unsere Ziele erreichen und ökologische Transformation und wir müssen CO2 verringern. Dann muss ich sagen, nein, müssen wir nicht. Müssen wir überhaupt nicht. Und ich bin einfach schockiert, dass es kaum Leute gibt, die einfach mal Nein sagen. Ja, man muss einfach auch mal morgens beim Rasieren oder beim Schminken vor dem Spiegel üben, Nein zu sagen. Nein, nein, wir müssen es nicht. Nirgendwo im Grundgesetz steht was von einer großen Transformation, ja. Das Grundgesetz dient dem Schutz der heute lebenden Menschen. Dafür ist es gemacht worden, damit die Menschen im Jahr 2024 nicht genauso aufwachen wie die Leute im Jahr 1933, ja. Dafür ist das Grundgesetz gemacht worden, zum Schutz der Menschen vor den Politikern, ja. Dafür ist das Grundgesetz da. Das Grundgesetz ist nicht geschaffen worden zum Schutz des Klimas vor den Menschen, ja. Das ist, glaube ich, ein totales Missverständnis und das muss man auch mal kommunizieren. Und es ist auch nicht geschaffen worden zum Schutz der in 500 Jahren lebenden Menschen in Deutschland vor den heute lebenden Menschen. Auch nicht geschaffen worden. So, ich will auf Folgendes hinaus. Wir haben es hier mit einer Klimasekte zu tun, die die Politik infiziert hat, wo irre Ziele vorgegeben werden. Große Transformation. Nein, lehne ich ab. Wir brauchen keine große Transformation. Wir brauchen ein Grundgesetz, das auch wirklich angewandt wird. Die kommen auf die irre Idee zu sagen, wir brauchen nur noch erneuerbare Energien, ja, erneuerbare Energien. Und das sagen die aber nur hinter vorgehaltener Hand, weil das ja nicht ausreicht für eine Industriegesellschaft. Wir müssen das Land deindustrialisieren. Ja, das haben die wohl wahrscheinlich noch in der Schule gelernt. Also, Angebot sollte der Nachfrage entsprechen, ja. Und das Angebot an erneuerbaren Energien ist relativ gering. Deswegen muss die Nachfrage nach Energie deutlich gesenkt werden. Deswegen ist, glaube ich, Habeck für jedes Unternehmen das Energiefreiberauch dankbar, dass es ins Ausland geht, weil dann zum Schluss noch die Unternehmen da sind, für die man eben die Energie hat. Das ist eine leichte, ökologische, grüne Bullerbü-Rechnung, die man da wahrscheinlich bei Astrid Lindgrens Roman Kinderbüchern lesen konnte. So funktioniert die grüne Politik und wo wir dann am Ende sind, das ist ganz klar. Die mittelständischen Unternehmen, die es noch nicht begriffen haben. Ich glaube, in Suhl, in Südthüringen, in Thüringen überhaupt im Osten sind die etwas weiter. Die Sonne geht ja da früher auch auf als in Düsseldorf. Die haben es eher begriffen, dass das ein Frontalangriff auf den Mittelstand ist. Der Mittelstand, der wird ja einfach wegradiert. Ja, die werden sehen, wo sie dann letztendlich bleiben. Und dass wir zum Schluss eine semi-totalitäre Gesellschaft haben, wo von oben vorgegeben wird, Leute, wir haben nur so und so viele, weiß ich nicht, Gigawatt an Strom. Die müssen wir jetzt hier aufteilen. Vorzugsweise für die und für jene. Für E-Autos werden wir gar keinen Strom mehr haben. Tut mir leid, dass ihr euch die angeschafft habt. Das sollte sowieso nur eine Brückentechnologie zum Ochsenkarren sein. Ja, also das, was diese grüne Ideologie will, ist letztendlich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, die wollen Deutschland in ein grünes, oder die grünen Khmer wollen Deutschland in eine Art Kambodscha verwandeln. Ja. Alle sollen glücklich sein und auf einem Lastenkarren dann wahrscheinlich zu den Feldern reiten, fahren, wo dann auf ökologisch korrekte Weise dann Reis angebaut wird. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Deutschland entideologisieren. Wir brauchen wieder eine Politik mit Vernunft, mit Sachverstand und wir müssen diese Ideologen, diese Träumer, diese Buller-Bü-Politiker müssen wir aus unserer Politik verbannen. Ein Vorhaben, das realitätsnah ist. Ein Vorhaben, das Kirchen und Diakonien zu Distanzierungen zwingt, was die AfD angeht. Fürchten Sie, dass Ihre Realbetrachtungsweise, die absolut notwendig ist für mich als Unternehmer, für mich als 42 Jahre Selbstständigen, fürchten Sie, dass die Werte-Union-Partei dasselbe Schicksal erleidet, dieser Diskreditierung, dieser öffentlichen Art, dass man Mitarbeiter warnt, sie zu wählen, dass man Mitarbeiter warnt, ihre Parteistände zu besuchen und ihnen nahe zu stehen. Denn das erleben wir ja im Augenblick. Das heißt also, wenn eine Realitätsbetrachtung erfolgt, haben wir ja nicht nur Medien und den politischen Gegner, sondern wir haben ja kirchliche Institutionen, Diakonien, Caritas, die sofort aufspringen und sagen, um Gottes Willen, distanziert uns, das ist demokratiefeindlich. Aber ist das nicht gerade der Punkt, der demokratiefeindlich ist, den Sie gerade erwähnen, gegen das Volk, gegen den Souverän? Haben Sie Sorge, dass die Werte-Union dasselbe Schicksal erleidet, als Partei? Also um es vorwegzunehmen, wir erleiden ja in Teilen schon dasselbe Schicksal. In Teilen werden wir noch als gefährlicher wahrgenommen als die AfD. Weil die AfD ist ja schon mega ausgegrenzt. Wenn man jemanden von der AfD im Fahrstuhl sieht, sollte man besser nicht einsteigen. Nachher könnten wir mit dem noch gesehen werden. Also diesen Schwefelgeruch würde man ja schon irgendwie annehmen. Also die AfD ist ausgegrenzt. Und das bedeutet, nach dem jetzigen Parteiensystem, keine Partei ist bereit, mit der AfD überhaupt zusammenzuarbeiten, zu reden. Vielleicht noch nicht mal Grüß Gott zu sagen. Ja, das ist unser Alleinstellungsmerkmal bei der Werte-Union. Wir sind bereit, auch mit der AfD zu reden, auch mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und wenn es passt, würden wir auch natürlich koalieren unter unseren, ich sage mal, Vorstellungen. Ja, also wir wollen eine Politikwende. Wir haben ein Gründungsprogramm. Und wenn AfD-Punkte mit unseren übereinstimmen, warum nicht? Ich sage ja auch, wir würden es auch mit den Grünen machen. Ja, vielleicht muss man vorher wieder das Cannabis-Verbot einführen, dass die Grünen klar werden. Ja, so. Wir würden auch mit denen zusammenarbeiten, also wenn die für vernünftige Positionen stünden. Also ich glaube schon, dass wir insoweit durchaus noch als gefährlicher angesehen werden als die AfD, weil wir im Grunde genommen nach allen Seiten offen sind und damit auch für alle Koalitionen zur Verfügung stehen. Was Sie gerade angesprochen haben, Herr Weber, in Sachen Demokratie, das führt mich zu einem Punkt, wo ich den Eindruck habe, viele unterliegen derzeit einem Begriffswandel. Ja, also die Linken konnten ja schon seit vielen, vielen Jahren versuchen, ihre Begriffe politisch zu platzieren, mit ihren Journalisten, mit diesen vielen, vielen Haltungsjournalisten und denen, die das einfach nicht begriffen haben, auch mit vielen Politikern aus der CDU, die einfach den Schuss nicht gehört haben. Da ist es denen gelungen, ihre Themen zu platzieren und ihre Begriffe einfach zu platzieren. Zum Beispiel struktureller Rassismus. Ja, struktureller Rassismus ist natürlich ein linksextremistischer Kampfausdruck, um bestimmte Milieus da zu diskreditieren, zum Beispiel Polizei zu diskreditieren, indem man unterstellt, es gibt da strukturellen Rassismus. Und dann haben die Linken es geschafft, klassische bürgerliche Ausdrücke mit neuen Inhalten zu füllen, indem die einfach sagen, wir bestimmen, was Demokratie ist. Ja, und das nehme ich derzeit ja auch wahr. Demokratie hat jetzt einen leichten Wandel vollzogen, der Begriff, der Inhalt. Der Name wird vielmehr noch verwendet, aber Demokratie ist nur wir. Wir, diejenigen, die die richtige Haltung haben. Und das bedeutet Demokratie im Sinne des demokratischen Sozialismus. Die DDR hat sich ja auch demokratisch genannt. Deutsche Demokratische Republik. Das war ja kein Zynismus gewesen. Nein, die haben das wirklich reinen sozialistischen Herzens geglaubt. Eine Demokratie kann es nur im Sozialismus geben. Außerhalb des Sozialismus gibt es keine Demokratie. Das heißt also derjenige, der gegen den Sozialismus ist, ist per se ein Antidemokrat, ein Faschist, ein Konterrevolutionär, ein Handlanger des Imperialismus. Und so wie ich es derzeit wahrnehme, wir haben ja eine neosozialistische Bundesregierung, wird der Demokratiebegriff von denen, ob wissend oder unwissend, eher so in diesem Sinne geformt. Ja, also die sind die Demokraten, diejenigen, die gegen die große Transformation oder diese ökologische Transformation sind. Diejenigen, die nicht an die Klimahölle glauben, die irgendwann kommt. Diejenigen, die nicht für das Heizungsgesetz sind. Das sind keine Demokraten. Weil wären sie Demokraten, wären sie Sozialisten. Aber weil sie keine Sozialisten sind, sind das nicht Demokraten, sind es Faschisten, sind es Handlanger des Imperialismus und so weiter. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten einfach nicht klar geworden. Auch in der CDU, ich habe immer mit Leuten gesprochen, ihr könnt doch nicht ernsthaft den Antifaschismusbegriff der DDR und des KGB übernehmen. Das war der klassische Antifaschismusbegriff. Nur ein Sozialist ist ein Antifaschist und alle anderen sind Faschisten. Hat die CDU schleichend adaptiert und die laufen dann teilweise mit CDU-Fahne, habe ich auf einem Video mal gesehen, hinter einer Antifahne her und haben da überhaupt gar keine Probleme mit. Also entweder, muss ich sagen, war das der im Vorgriff auf die Cannabis-Legalisierung oder die ticken nicht, die begreifen es einfach nicht. Also, kurzum, wir brauchen wieder eine Rückkehr auch zu den Begrifflichkeiten, zu den klaren Begrifflichkeiten der bürgerlichen Demokratie, des Grundgesetzes. Und Demokratie heißt, jeder, jeder, der sich an die Spielregeln hält, ist Demokrat, egal welche Meinung er vertritt. Und das müssen wir auch zwingend einfordern. Und der Nicht-Demokrat ist derjenige, der andere ausgrenzt, der andere diffamiert und diskreditiert und der Brandmauern hochzieht. Und darum sage ich auch, derjenige, der Brandmauern hochzieht, ist kein Demokrat. Aus meiner Sicht darf der sich nicht auf den Standpunkt ziehen, er sei Demokrat. Weil in einer Demokratie muss man miteinander reden. Nun, Ihr Nachfolger als Bundesverfassungsschutzpräsident sieht es anders. Er sagt, die Demokratie war noch nie so gefährdet. Da hat er Recht. Nur Sie geben dem einen anderen Inhalt, der nachvollziehbarer ist. Martin, das Thema Cannabis, die Teil-Legalisierung. Lass uns mal, ich möchte nachher mit Hans-Georg Maaßen den juristischen Teil kurz abgeklärt haben, von dir den einen medizinischen Teil. Das heißt also, Cannabis, da scheiden sich die Geister. Das war eine hitzige Debatte im Bundestag. Der Justizminister Buschmann sagte, er ist froh, dass es so ist und damit werden die Straftaten zurückgehen und die Teil-Legalisierung. Erstaunlich ist schon, dass man die normalen Erwerbstuben erst ab Juli hat. Das heißt also, wer jetzt legal erwerben will, der wird Mühe haben. Aber du als Mediziner, wie gehst du damit um? Vielleicht noch zuvor ein ganz kurzer Rückgriff auf das letzte Thema. Weil als Bürgerlicher im End schlägt man ja Wert darauf, dass gewisse Verhaltensformen im Prinzip durchgeführt werden, dass man sich unter Kollegen beispielsweise grüßt. Das ist ja nochmal etwas, was wir selber hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen erfahren. Wenn man zu den Falschen gehört, wird man eben nicht gegrüßt. Das hat mich am Anfang schon ein bisschen geärgert, weil zu den Wesenspunkten der Demokratie gehört eben dazu, dass Demokratie schafft komische Freunde, dass man miteinander spricht, dass man im Gespräch bleibt, dass man im Prinzip verschiedene Sachen in die eine oder andere Richtung zieht und sich versucht, argumentativ gegenseitig zu überzeugen. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich damit trotzdem meinen Frieden gefunden, weil ich möchte mich gar nicht mit denjenigen verbrüdern, die in dieser Art und Weise die Republik vor die Wand fahren. Von daher von gewissen Kreisen ausgegrenzt zu werden, lässt mich fast mittlerweile empfinden, dass ich irgendwas dann doch offensichtlich richtig mache. Weil wäre das anders, würde man mich dort vielleicht wohlwollend und freundlich empfangen, dann hätte ich eher den Eindruck, ich würde vielleicht persönlich etwas falsch machen. Von daher werde ich das mittlerweile eigentlich ganz positiv. Das eint uns, die Herren. Es geht uns ähnlich, ja. Um auf Cannabis zurückzukommen. Es gibt ja neben dem allgemeinen Jubel aus vielleicht gewissen Kreisen doch eine ganze Reihe, insbesondere aus Fachkreisen, von Bedenken, die man dagegen ins Feld führen muss. Und so ist es so bei allem, was man in der Medizin einsetzt, gibt es eine Wirkung und es gibt immer Nebenwirkungen. Und wir haben legalisierte Drogen, mit denen ja Cannabis immer gerne verglichen wird, beispielsweise den Alkohol. Und der gehört zu unserer Gesellschaft ja nun so weit hinzu, als dass alle Versuche irgendwie einer Form von Sanktionierung, einer Abschaffung des Alkohols gescheitert sind, weil es schlichtweg fast verwoben ist mit gewissen Gesellschaftsstrukturen und Kulturen bei uns. Tatsache ist, wenn wir uns aber auf der anderen Seite angucken, was diese Droge auch mit sich bringt, der Alkohol, dann stellt man fest, dass natürlich die überwiegende Anzahl von Personen, das im Biergarten abends zu Hause vom Fernseher beim Fußball schauen, einen verantwortungsvollen Umgang damit pflegen kann. Vollkommen richtig. Als Volkswirtschaft sind das immense Schäden. Als Familien teilweise, wo abhängige, Süchtige im Prinzip Mitglieder sind, sind das unfassbare Schäden, die da im persönlichen Kontakt in den Familienstrukturen ausgelöst werden, wo man Menschen dabei zuschaut, wie sie sich selbst zugrunde richten. Von daher sind auch die bei uns legalen Drogen ja nicht ohne. Schauen Sie, allein gegen das Rauchen wehrt man sich als Gesellschaft ja jetzt schon seit Dekaden und kriegt es nicht mehr so richtig klein, weil man es irgendwann mal offensichtlich für gut empfand, dass man diese Glimmstänge da, man hat sich von gewissen Kreisen vielleicht da auch für aushalten lassen, dass das cool war und man hat das in Filmen so dargestellt und so weiter. Es ist wahrscheinlich die größte Geldverbrennung, ist das Rauchen. Man hat da eigentlich wenig positive Effekte und wenn dann nur sehr kurzfristig ist, ist ein riesengroßer gesundheitlicher Schaden, der dort entsteht. Trotzdem ist das Rauchen im Moment bei uns legal. Wenn wir jetzt eine zusätzliche Droge über dieses Argument ja, die anderen sind ja auch legal, einführen, dann kaufen wir uns damit auch einen gewissen Anteil von Personen und der ist bei Cannabis eben nicht klein. Es ist nicht nur die Einstiegsdroge, sondern es ist an sich auch eine gefährliche Droge, wo ein gewisser Anteil von Personen, die das konsumieren, ebenfalls in eine Abhängigkeit geraten, ebenfalls beispielsweise schwere körperliche Schäden davon haben, dass sich entwickelnde Gehirn auch im Rahmen der Volljährigkeit mit 18 noch leidet darunter stark, wenn man regelmäßig Cannabis konsumiert. Ein gewisser Anteil von Personen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, entgleiten in eine Psychose. Das ist etwas, was man beispielsweise bei Alkohol so nicht feststellt. Man kann sich hervorragend die Leber und auch das Hirn versauen, aber dass man schwer psychisch krank wird, unter Umständen quasi hängen bleibt irgendwo im Rausch, das kann man so bei Alkohol beispielsweise nicht feststellen. Und wir etablieren eine weitere Droge mit weiteren Folgen, die dahinter sind. Und im Prinzip mit dem gleichen Erklärungsmuster könnten wir dann, und gewisse linke Kreise gehen ja durchaus schon vor, dann die nächsten Drogen auch bereits in Angriff nehmen und sagen, was ist denn an sauberen, nicht verschnittenen Kokain das Problem? Das könnten wir ja genauso legalisieren. Die verschiedenen linke Kreise spielen ja schon mit dem Gedanken des Drug-Checkings, dass man gewisse Drogen dann zu einer bestimmten staatlichen Stelle bringt oder zu Laboren bringt. Die untersuchen das dann auf Reinheit, um dann die Gesundheit der Abhängigen dort quasi nicht durch verschnittenes, durch gestrecktes Zeug zu gefährden. Und so Schritt für Schritt für Schritt könnten sie im Prinzip jedwede Form von Droge legalisieren und würden dann aber einem System, wie beispielsweise im Gesundheitssystem, was ein Stück weit ja da über eine gemeinschaftliche Aufgabe des Staates bei uns ist, so ist es bei uns organisiert. Das bringt gewisse Limitationen mit sich. Die gesetzlichen Krankenkassen führen dazu, dass alle in denselben Topf einzahlen. Und das führt aber auf der anderen Seite auch dazu, dass man gesundheitspolitisch auch sagen kann, solches krasses Risikoverhalten wie Drogenabhängigkeit muss der Staat dann ein Stück weit auch zum Schutz aller, zum Schutz der Allgemeiner, zum Schutz auch des Einzelnen vielleicht regulieren. Ich bin sonst ein sehr, sehr liberaler Mensch. Ich denke eigentlich aus den allermeisten Belangen des Daseins sollte sich der Staat raushalten und wenn man süßte Getränke zu sich nimmt, wenn man ein bisschen mehr Fleisch isst, wenn man sich ein bisschen zu wenig bewegt, da kann der Staat durchaus mit Aufklärungskampagnen den Leuten vielleicht die nötigen Informationen zur Verfügung stellen. Er sollte es nicht verbieten. Bei Drogen, da gibt es gewisse Gründe, warum man dort einschreiten sollte. Es gibt Drogen, die kann man nicht mal ausprobieren und sich hinterher davon wieder distanzieren. Es gibt Drogen, da ist im Prinzip die einmalige Nutzung so, dass man in einen verrückten Strudel gerät. Das ist bei Cannabis nicht unbedingt der Fall, aber dennoch ist es so, einmal legalisiert, begeben wir uns da auf einen Pfad, der für unsere Gesellschaft sicherlich ganz, ganz schwierige Folgen haben wird. Nun, von Ricarda Lang werde ich mich, was die Ernährungsform angeht, nicht beraten lassen. Also das kann ich von meiner Seite aus sagen. Herr Maaßen, das Thema die juristische Betrachtung. Zehntausende von Fällen, die Verurteilungen beinhalteten, sei es jetzt auf Bewährung, sei es mit Haftstrafen, die angetreten werden mussten, müssen neu aufgewickelt werden. Alleine jetzt in Nordrhein-Westfalen 70 Fälle, die aus der Haft entlassen wurden. Das Thema Haftentschädigung zum einen und das Thema Mixtekturen, die dabei waren. Das heißt also 25 Gramm Cannabis dabei, aber noch andere Mittel, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. Zehntausende von Fällen müssen neu aufgewickelt werden. Ist das bedacht, was da gemacht wurde? Wenn Sie mir erlauben, ich würde es auch juristisch als nicht neu ergänzen. Immer, bei uns können Sie ausreden. Wie der Vincent vorhin gesagt hat. In meinem zweiten beruflichen Leben, ersten war ich schon mal Anwalt gewesen, war ich für Rauschgift zuständig und für Rauschgiftbekämpfung. Ich war im Bundesinnenministerium als junger Referent und habe da auch Rauschgift-Lehrgänge besucht beim Bundeskriminalamt. Nicht, dass man da schnupft oder spritzt, sondern man lernt, um was es da geht, was es für Folgen hat. Wie es produziert wird, wer damit richtig, richtig Kohle verdient und wie man das bekämpft. Und da hatte ich gelernt, wir hatten das alles schon mal gehabt. Opium war legal gewesen, Kokain war legal, Cannabis war legal. Ja, das war bis Anfang des 20. Jahrhunderts so. Wenn man sich überlegt, Heroin ist, glaube ich, von der Firma Bayer erfunden worden, weil das damals gebräuchliche Opium zu einem hohen Maße die Leute abhängig gemacht hat. Und dann sagte Bayer, machen wir was Neues, macht nicht abhängig, nennen wir es Heroin und bringen wir es auf den Markt. Damit hat man richtig Geld verdient. Und ich glaube, es waren damals sogar Kindertropfen, ich glaube Hoffmannstropfen oder so etwas, die auch diese Droge drin hatten, bis man gemerkt hat, das ist alles Teufelszeug. Man kann zwar damit viel Geld verdienen, aber für die Gesellschaft ist es schädlich. Und diesen schmerzhaften Prozess mit vielen Kranken, mit vielen Drogenabhängigen in Deutschland, in der ganzen westlichen Welt, hat dann dazu geführt, dass man endlich Opiatgesetze durchgeführt hat. Ja, man hat dieses Dreckszeug verboten. Ja, die Amerikaner sind ja dann noch einen Schritt weiter gegangen, dem man gesagt hat, nicht nur diese klassischen harten Drogen, anschließend Cannabis, sondern auch Alkohol wird verboten. Das war ja auch in dieser Phase gewesen. Das darf man nicht verkennen. In Amerika hat man dann die Schlussfolge gezogen, das macht keinen Sinn, Alkohol zu verbieten, weil es eine Kulturdroge ist. Ich will darauf hinaus, was wir jetzt machen ist, und das ist bei diesen, ich sage mal, ungebildeten Politikern, die ich teilweise wahrnehme, ja auch nicht, auch naheliegend, dass sie sich keine Gedanken darüber machen, dass wir diese ganzen Gesetze, die wir geschaffen haben im Bereich der Rauschgiftbekämpfung, dass wir sie zunächst mal teuer bezahlt haben, mit Toten, mit Drogenabhängigen und so weiter. Und jetzt sagen diese Leute, Tritra, Trulala, wir fangen wieder von vorne an und jetzt legalisieren wir wieder und schauen mal. Und das ist doch toll zu dröhnen und das riecht ja wunderbar. Kann ich nur sagen, Leute, wie blöd könnt ihr sein, ja? Eure Vorfahren haben die Finger auf die heiße Erdplatte getan und haben gemerkt, wir verbrennen uns, haben gesagt, wir tun es nicht mehr. Und jetzt kommt die Enkelgeneration und sagt, ach, was die Alten gemacht haben, das ist alles Gaga und wir machen es wieder von vorne. Das ist nicht Lernen, das ist einfach schlicht Blödheit, was hier passiert. Und das hat unabsehbare Folgen im Bereich Cannabis, aber es wird natürlich auch Folgen haben auf die gesamte, ich denke, auf die gesamte Wahrnehmung der Rauschgiftbekämpfung und Drogenpolitik in Deutschland. Was wir brauchen in Deutschland ist eine junge Generation, die mit einem Höchstmaß an Erziehung, an Bildung und dann erst an dritter Stelle Wissen aufwächst und vor allem auch in der Lage ist, selbstbestimmt zu leben. Ja, selbstbestimmt zu leben, sagen kann, ich brauche keine Transferleistungen vom Staat, sondern ich kann es selber. Ja, ich kann eine Firma gründen oder ich kann selbst für meine Familie und für mich aufkommen. Das, was hier gerade gemacht wird und die Drogenpolitik ist ja nur ein Teil dabei, ist diese Leute systematisch fernzuhalten von einem selbstständigen, selbstverantworteten Leben, in dem die Jugend verblödet wird durch Medien, in dem in der Schule nicht mehr hinreichende Bildung vermittelt wird. Wenn ich jetzt höre, im englischen Unterricht soll nicht mehr Shakespeare vermittelt werden, ja, stattdessen über Diversität und so ein Zeug. Hier aus seiner nordrhein-westernischen Schule ist mir das heute berichtet worden, ja, dass Goethe aus dem Lehrplan gestrichen wird. Systematische Verdummung der jungen Bevölkerung. Und dazu kommt, nach Möglichkeit sollen die noch an Drogen herangebracht werden, also erstens Verblödung durch Medien, zweitens Verblödung durch die Schule, drittens dann nach Möglichkeit noch Drogen, damit die Kinder, wenn die morgens schon anfangen zu kiffen, auch gar nicht merken, dass die Straßen hier in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen dysfunktional sind, ja, überall Schlaglöcher, dass sie gar nicht merken, dass der Zug eine halbe Stunde Verspätung hat, weil die Bahn wieder aus, ja, weiß ich nicht, was für Vorwänden nicht kommt. So, und da müssen wir gegenwirken. Wir brauchen wieder eine starke, junge Generation, die auch willens und in der Lage ist, dieses Land wieder aus diesem Schlamassel herauszubringen. Aber die juristische Seite. Die juristische Seite. Die juristische Seite. Macht es eben die Zehntausende von Fällen. Ich sag mal, Jura macht mir wirklich Spaß. Und das Schöne an Jura ist, man kann ja sehr, sehr viel verändern. Also ich komme ja aus dem Gesetzgebungsbereich, ja. Ich war viele, viele Jahre Gesetzgebungsjurist. Da kann ich sagen, kann ich auch in Richtung, ich sag mal, diesen Kiffern sagen, wenn wir regieren, machen wir es anders, ja. Dann wird es wieder strafbar. Und dann schauen wir mal, ob wir es nicht alles wieder rückabwickeln. Also man kann es in die Richtung abwickeln und in jene Richtung machen. Ich kann nur versprechen, also diese Cannabis-Legalisierung wird von uns rückgängig gemacht. Und da freue ich mich schon drauf. Gut. Die Herren, mit der Bitte um kurze Antwort. Thema Politikerhaftung. Andreas Scheuer will nicht mehr im Bundestag sein. Wir haben das Thema Jens Spahn, Masken, 5,7 Milliarden. Zig Masken sind hier letztlich nicht mehr verwendungsfähig. Es war zu viel bestellt. Die Liste ließe sich unendlich fortführen. Wir sind im Bund Deutscher Steuerzahler. Wir erleben das, das Schwarzbuch, was jährlich erscheint. Es ist ein Wahnsinn. Ich kann nur sagen, als Unternehmer, wenn wir eine Betriebsprüfung hätten, wir hätten die Steufer im Hause, dass man sagt, was Sie machen, ist strafbar. Das heißt also, was Sie hier tun, und als erstes wäre auch die Bank da, die sagt, Sie versteuern das Geld, Ihre Firma ist nicht tragfähig. Thema Politiker, Politikerhaftung. Sollten wir die einführen? Bei grob fahrlässigem Vergehen. Ich weiß, dass es ein heiknes Thema ist. Aber sollten wir Politikerhaftung in die Diskussion bringen? Absolut. Die Menschen müssen Verantwortung für das übernehmen, was sie dort tun. Vielleicht würden sie dann auch weniger die politischen Ressorts wechseln, wie andere die Herrenausstatter. Man hat ja manchmal den Eindruck, in der politischen Riege, ohne jede Form von Vorbildung schafft es jemand, die eine Woche Verteidigungsminister in der nächsten Woche in der Europäischen Union eine maßgebliche Rolle einzunehmen. Das sind ja durchaus Positionen, in denen man ein gewisses Vorwissen braucht, wo man Verantwortung für das Leben von ganz, ganz vielen Menschen einnimmt. Im Sinne beispielsweise der Bundeswehr, die ja oftmals da das Verteidigungsministerium eher sehr stiefmütterlich und dann fachfremd mit verschiedenen Personalien besetzt wurde, wo es um das Menschenleben geht, wo es um die Einsätze von Soldaten im Ausland geht, wo es wirklich um das Eingemachte geht, um Bereiche der inneren Sicherheit, aber wie gesagt auch um Leben und Tod. Da muss man natürlich eine neue Form von Bewusstsein dafür schärfen, dass man nicht jeden in jede Position setzen kann und dass es da auch eine gewisse Verantwortung der Menschen in diesen Positionen gibt. Und da, du hast es richtigerweise angesprochen, es ist heikel, weil natürlich sich Entscheidungen hinterher als Fehler herausstellen können, aber im Sinne der groben Fahrlässigkeit, wenn Geld verschleudert wird, wenn man dort sich in einer Art und Weise benimmt, die dazu geneigt ist, bewusst auch einen Schaden in Kauf zu nehmen, so steht es quasi in unserem Grundsatzprogramm von der AfD, muss eine Form von persönlicher Haftung auch für Politiker her. Der Jurist und, werte Union, Parteivorsitzende. Also wenn man über Haftung redet, redet man über Zivilrecht, das heißt Schadensersatz. Und wenn ich mir einige dieser Politiker anschaue, da wird man nicht viel holen können. Und Haftung wird im Zweifel letztendlich auch nicht viele beeindrucken, weil dann werden Politiker sagen, dann werden wir über unsere Partei eine Politikerhaftpflichtversicherung abschließen. Das hat ja eigentlich auch nahezu jeder CEO oder Vorstandsvorsitzende von Unternehmen, da gibt es diese Haftpflichtversicherung. Ich meine, es ist gut gemeint, was da gesagt wird, aber aus meiner Sicht geht das nicht in die richtige Richtung. Wir brauchen ein anderes Strafrecht. Wenn man sich das jetzige Strafgesetzbuch anschaut, ist das ein Strafgesetzbuch, das aus dem Kaiserreich stammt. Es ist vielfach verändert worden, aber die Grundkonzeption ist noch aus dem Kaiserreich. Was es in dem Strafrecht nicht gibt, ist ein, natürlich aus dem Kaiserreich kam keiner auf die Idee, ein Strafrecht für Regierungshandeln. Das hat man 1945 oder spätestens 1949 gemerkt. Es gab kein Strafrecht für das Handeln der Hitlerregierung. Ja, das gab es einfach nicht, ist im Strafrecht nicht vorgesehen. Es ist nur das allgemeine Strafrecht, Mord, Betrug und so weiter. Aber spezielles Strafrecht für Regierungshandeln gab es nicht. Was die Alliierten gemacht hatten, die hatten dann im Rahmen der Nürnberger Prozesse, aufgrund der von ihnen festgelegten Normen, haben sie ein Strafrecht geschaffen. Aber dieses Strafrecht betraf in erster Linie das Verhalten der Nationalsozialisten gegenüber den Kriegsgegnern, gegenüber verfolgten Juden, anderen verfolgten Gruppen. Aber ein allgemeines Regierungsstrafrecht brauchten die Alliierten nicht zu setzen, weil das eine Sache der Deutschen war. Ich will darauf hinaus, kein einziger Nazi ist dafür je vor Gericht gestellt worden, dass Millionen Deutsche in den Krieg geschickt worden sind, gestorben sind, dass wir ein Drittel unseres Landes verloren haben. Keiner ist dafür vor Gericht gestellt worden, weil wir auch keine Regelungen haben. Und was wir jetzt haben, das ist im Grunde genommen ein Strafrecht. Wenn man Politiker belangen will, dann sind das die allgemeinen Straftatbestände, die für sie und für mich und für sie gelten, aber keine speziellen Straftatbestände, wonach das spezielle Handeln als Regierungsmitglied, wenn Fehlverhalten eintritt, dann strafrechtlich bewertet wird und zu einer Strafe führt. Und das brauchen wir. Das gibt es in anderen Ländern und sowas brauchen wir. Ein spezielles Strafrecht für Regierungspolitiker. Manche würden sagen, wieso das? Da kann ich nur antworten, für Beamte gibt es das. Amtsträger ist was anderes als diese Funktion. Für Beamte gibt es das. Eine kleine Ausnahme ist gemacht worden. Und zwar in den Anfang der 2000er Jahre war es, glaube ich, Deutschland war nach meiner Erinnerung eines der letzten Länder der Welt, der westlichen Welt, das Straftatbestände eingeführt hat. Korruption von Abgeordneten. Vorher war das undenkbar. Die wären ja nie auf die Idee gekommen, gegen sich selber Straftatbestände einzuführen, wenn damals nicht Transparity International und andere internationale Organisationen Druck auf Deutschland ausgeübt hätten. Kurzum, um Ihre Frage zu beantworten, ich halte es für notwendig, dass wir derartige Straftatbestände einführen. Und dann wäre uns jedenfalls mit Blick auf das, was wir in den letzten zehn Jahren erlebt hätten, vielleicht auch geholfen worden. Ein Thema, das die Menschen zum Schluss unseres Interviews oder das vorletzte Thema beschäftigt, ist der Ukraine-Krieg. Die Menschen sind beunruhigt. Die Rhetorik nimmt an Dynamik zu. Wir erleben Kriegstüchtig. Wir erleben, wir müssen uns rüsten auf einen Krieg. Putin wird uns angreifen. Wir sind da doch hier aufgrund der geopolitischen Situation anderer Meinung, dass Putin sicherlich kein Interesse hat, sich mit der NATO anzulegen, insgesamt gesehen. Aber diese Aussageform, Waffen schaffen Frieden, 100 Milliarden Sondervermögen. Die NATO will der Ukraine 100 Milliarden zur Verfügung stellen. Präsident Zelensky sagt von seiner Seite aus, ich bin enttäuscht, ich bin brüskiert, dass nicht mehr Waffen kommen. Martin, täglich sterben Menschen auf beiden Seiten, junge Menschen, die sich nicht kennen. Ist es nicht Zeit, über Waffenstillstand und Frieden zu reden? Absolut. Zum Glück, wir haben von der AfD das Thema ja nun sehr früh aufgegriffen und haben da auch sehr früh ja in diese Richtung argumentiert, auch zu einem Zeitpunkt, wo die Ausgangssituation für einen Frieden ja noch eine deutlich bessere war. Mittlerweile zeigt sich eine sehr aussichtslose Situation. Vieles von dem, was wir prognostiziert haben, bewahrheitet sich mehr und mehr, sodass jetzt auch die Möglichkeiten des Friedens, weil man ja etwas mit an den Verhandlungstisch bringen muss, schlichtweg immer schwieriger werden. Aber ich finde, der Konflikt zeigt vor allen Dingen eins und der ganze Umgang damit, als verschiedene ja auch politische Richtungen ja durchaus vielleicht auch Figuren vielleicht des öffentlichen Lebens, die man eher sonst den linken Zug geordnet hätte, die dann sich ja auch dafür ausgesprochen haben, dass man in einer anderen Art und Weise dort mit in Gespräche eintreten muss, sind ja da konfrontiert worden mit einer Gemeinmachung mit Russlands und das ging ja in dieser Art und Weise überhaupt nicht. Wir haben in der europäischen Tradition spätestens seit der Hagener Landfriedensordnung eigentlich selbst für den Kriegsfall, also nicht nur im besten demokratischen Umgang, sondern selbst für den Kriegsfall die Situation etabliert, dass auch Krieg Grenzen hat, dass man den Gegner nicht entmenschlicht, dass sich trotzdem Menschen miteinander begegnen. Es hat einen hochrangigen deutschen Offizier sein Amt gekostet, nur weil er formuliert hat, man muss gegebenenfalls mit Putin auf Augenhöhe Gespräche fordern. Das hat schon gereicht, um jemanden dort aus dem Amt zu buxieren. Im Prinzip eine Selbstverständlichkeit, dass man selbst in einem Krieg, in einem Konflikt miteinander das Gespräch sucht. Es hat verschiedene europäische Konflikte gegeben nach der Hagener Landfriedensordnung, wo man eigentlich dieses Commitment untereinander, dass es auch im Krieg Regeln gibt und dass Menschen sich gegenüberstehen, die unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche politische Überzeugungen, unterschiedliche Interessen haben, oftmals geopolitische Interessen, die das Menschenleben viel zu geringschätzen. Aber selbst in diesem Fall, dass man einander sich eben als Menschen begegnet, was dann aber auch die Möglichkeit immer gibt, dieser Betrachtungsweise, dass man miteinander dann auch wieder an den Tisch kehrt und Gespräche führt, die Form von Abwertung in wechselseitige Richtung, von der russischen Propaganda, von der ukrainischen Propaganda, wo man junge Männer als Orks diffamiert beispielsweise. Halte ich für genauso schädlich. Auch das sind junge Leute, die irgendwo eingezogen werden, teilweise mehr oder weniger gegen ihren Willen und an die Front geworfen werden, dort in einem sinnlosen Abschlachten, in einer neuen Form von Kriegsführung gegen Drohnen und so weiter ihr Leben lassen. Wir haben horrende Verluste auch auf der ukrainischen Seite, weswegen immer neue Musterungswellen mit immer jüngeren Menschen jetzt bis zum 25. Lebensjahr eingezogen werden, in einer Situation, und auch das muss man nochmal sagen, wo sowohl Russland als auch die Ukraine schon vor dem Konflikt demografisch in sehr, sehr schwierigen Situationen waren. Auch dort nimmt die Bevölkerung immer weiter ab, auch dort werden ganz wenige Kinder nur geboren. Das wird eine derartige demografische Lücke reißen, dass dort junge Männer verheizt werden, beider Seiten. Dass es für beide Volkswirtschaften, für beide Völker unfassbar schwierig sein wird, sich in irgendeiner Art und Weise danach wieder als Nation zu etablieren und wieder aufzubauen. Das eine ist, dass die Ukraine dann Geld bekommt und, ich sag mal, von außen vielleicht hilft. Auf der anderen Seite ist dort viel Personenpotenzial mittlerweile im Kugelhagel verstorben, was man so nicht mehr zurückbringen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was in dieser ganzen Betrachtungsweise Russland der Feind, auch viele Automatismen vielleicht aus dem Kalten Krieg, die dann da schnell greifen und wo viele sich dann berufen fühlen, das wieder hochzuholen, was man zu wenig im Prinzip beachtet, dass Menschenleben eigentlich immer nur noch kostbarer geworden ist. Dass diese Form von Kriegsführung, wie sie dort auch betrieben wird, diese im Prinzip diese Massenrekrutierungen, dass das in einer Situation und einer Zeit fällt, man kann es nicht mehr begründen. Also eigentlich das, was wir immer dachten, was errungen wurde, dass es keinen Krieg mehr in Europa gibt und wo viele, Francis Fukuyama, andere dachten, es gibt Mechanismen, die uns davon abhalten. Man sieht offensichtlich, dass diese Mechanismen, die man dachte, eingezogen zu haben, dass sie in dieser Form von Konflikt nicht greifen. Wenn ich noch eine Randausführung geben kann. Wir haben vorhin über die polizeiliche Kriminalstatistik gesprochen. Und oftmals wird der politischen Rechten vorgeworfen, warum sprecht ihr so viel über Ausländerkriminalität? Zum einen, weil es mittlerweile ein sehr, sehr großer Anteil ist. Zum anderen, weil die anderen Kriminalitätsformen oftmals Beziehungstaten sind. Da ist es sehr, sehr schwierig dran zu kommen. Es ist menschlich irgendwo nachvollziehbar, dass aus einem engen persönlichen Verhältnis heraus Straftaten begangen werden, auch oftmals gegen das Leben. Mann erschlägt Frau, Frau vergiftet Mann, Bruder erschlägt Bruder. Das sind so ja die klassischen Tragödie, die man kennt. Aber aus einer engen persönlichen Verbindung zueinander. Was die Menschen ja oftmals irritiert ist, wenn man eigentlich gar keinen Kontakt zueinander hat, mitten in der Innenstadt mit seiner vierjährigen Tochter einkaufen geht und dort von einem psychisch kranken Täter das vierjährige Kind abgestochen wird. Was ja absurd ist. Eine völlig absurde Situation, wo es auch diese Konstellation im Hintergrund gar nicht gibt. Ich glaube, dass dieser Konflikt Ukraine-Russland zeigt. Auch die Brutalität, wie sie es miteinander geführt wird. Dass es dort eine tiefe auch menschliche Verbundenheit geben muss. Auch die Aggressivität, in der man gegeneinander vorgeht. Klassische Kriminalistik. Jemand, der mit so einer Gewalt angegangen wird, da gibt es oftmals eine persönliche Verbindung. Und das ist, glaube ich, bei diesen beiden Völkern, die sehr eng miteinander verwoben waren, wirtschaftlich miteinander verbunden waren, persönlich miteinander verbunden waren, wo es viele auch persönliche Familienverhältnisse untereinander gibt. Ich glaube, etwas, was man jetzt in dieser Situation, in der man Rechnung tragen muss, indem man im Prinzip da einer engen Verwobenheit Rechnung trägt und von außen versucht, die beiden wieder an einen Verhandlungstisch zu bringen, das wird schwierig, absolut. Auch im Prinzip wegen den ganzen Vorgängen auch Russland, wie man dort im Prinzip ja völkerrechtswidrig einmarschiert ist. Nichtsdestotrotz, es kann, glaube ich, nur diesen Weg geben, dass man sich miteinander an den Tisch begibt. Da gibt es das alte Zitat, es ist besser, 100 Tage zu reden, als einen Tag aufeinander zu schießen. Herr Rutschmidt, Herr Maaßen, Ihre Ansicht dazu? Naja, ich sage immer, der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg. Gut, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO und der EU ist. Es geht in erster Linie um deutsche, nationale Interessen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Bundesregierung nicht unsere Interessen vertritt. Und man muss sich fragen, was sind unsere Interessen? Unsere Interessen müssen sein, dass wir aus diesem Krieg rausgehalten werden. Sollen die sich die Köpfe einschlagen? Das ist nicht unser Problem. Das sage ich so ganz kalt. Die Ukraine hat ein Recht, sich zu wehren. Andere können auch Waffen liefern. Aber es war immer unsere Politik gewesen, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern. Und ich stehe auch dazu. Ich bin kein Russland, ich sage mal, oder Freund des russischen Regimes. Ich mag Russisch, ich mag Russland. Es ist ein hochinteressantes Land. Ich habe auch gute Beziehungen in die USA, bin sehr, sehr gerne in die USA gereist. Es ist eine Tragödie, dass es diese Auseinandersetzung gibt auf dem Rücken der Ukraine, was allerdings nichts anderes als ein amerikanisch-russischer Konflikt ist. Aber ich muss sagen, wir wären gut beraten, wenn wir uns daraus halten würden. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wir wären auch gut beraten, wenn wir dafür sorgen würden, dass es zu einem Waffenstillstand käme. Und wir Deutschen haben ein Eigeninteresse. Wir sind der größte Staat der Europäischen Union. Wir haben auch eine Verantwortung in Europa. Und ich glaube, ein Hans-Dietrich Genscher würde nicht aus dem Flugzeug aussteigen oder Tag und Nacht würde er arbeiten, nur um zwischen Moskau und Kiew und Washington verhandeln, dass es endlich einen Waffenstillstand gibt. Und das, was diese Bundesregierung macht, immer mehr Öl ins Feuer zu kippen, die Russen brüskieren, das ist aus meiner Sicht nicht in unserem Interesse. Es schadet Europa. Und es führt letztendlich nur dazu, dass ein Krieg, der aussichtslos ist für die Ukraine, immer weiter in die Länge gezogen wird. Denn ich bin überzeugt, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Die amerikanischen Kriegsziele, die Biden und die Regierung ursprünglich geäußert hat, einen Systemwechsel in Russland herbeizuführen, ist ausgeschlossen. Das werden Sie nicht hinbekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Im Gegenteil. Russland ist aus meiner Sicht gestärkt durch die BRICS-Staaten. Immer mehr Staaten solidarisierten sich mit Russland. Ich glaube, das wird eine schwere Niederlage für den Westen werden, wenn der Krieg zu Ende ist. Deswegen muss es auch unser Interesse sein, dass es schnellstmöglich zu einem Waffenstillstand kommt. Und wir müssen auch sehen, wir haben, ich glaube, fast 1000 Jahre in Nachbarschaft oder mittelbarer Nachbarschaft mit den Russen gelebt. Und ich denke, wir werden noch einige hundert Jahre weiter mit ihnen in der Nachbarschaft leben müssen oder leben werden. Und von daher müssen wir uns auch darauf vorbereiten, dass wir einander wieder in die Augen schauen und nebeneinander oder miteinander leben. Und Sie hatten vorhin einen hochrangigen Soldaten erwähnt. Der ist mein Vize als Chef der Werteunion. Kai Achim Schönbach, der frühe Inspekteur der Marine und Vize-Admiral, der natürlich auch zu Recht gesagt hat, die Putin, die Russen erwarten, dass man auch auf Augenhöhe behandelt wird. Wir stehen nicht über dem Recht. Auch die Russen haben ihre Sicht auf das Recht, auch wenn wir diese nicht teilen. Und wir müssen letztendlich auch Realpolitiker sein. Auch wenn wir uns im Recht glauben, wird das Recht jedenfalls in einem Krieg letztendlich im Zweifel derjenige sein, der vor allem das Recht vor allem sein, was verliert. Das Recht auf Leben haben schon viele, viele Tausende verloren. Das Recht auf Heimat werden wahrscheinlich auch viele verlieren. Und vor diesem Hintergrund müssen wir einfach auch realpolitisch denken und sagen, also was hilft es, wenn wir auf dem Papier oder die Ukraine auf dem Papier Recht hat. Wir müssen dazu kommen, dass nicht noch mehr Menschen das Leben verlieren. Wir müssen schnell zu einem Waffenstillstand und zu einem Friedensvertrag kommen. Und liebe Zuschauer, das ist übrigens ein Thema, das hat uns auch beschäftigt mit dem Klaus von Donany, der erste Bürgermeister von Hamburg und Juristenkollege von Hans-Georg Maaßen. Der sagte, dieser Krieg wäre zu verhindern gewesen. Das ist noch nicht so lange her, das hat er im Norddeutschen Rundfunk gesagt. Also ein Mann, SPD-Politiker, der noch eine Größe war, dessen Aussagen tragfähig waren. Die Herren, ich komme zum letzten Punkt, das ist die Europäische Union. Wir erleben es, Ursula von der Leyen ist ja jetzt wieder zur Spitzenkandidatin gekürt worden. Mein Namensvetter hat ja seinerzeit sang- und klanglos, obwohl er ja nicht aufgestellt war. Der EVP hat ja das wehrlos abgegeben. Die Europäische Union, ist das ein merkliches Unterschied zwischen der AfD und der Werte-Union-Partei? Martin, zunächst mal dein Statement. Was machen wir mit der Europäischen Union? Also der Gründungsgedanke aus der EWG heraus, dass man verschiedene Gesprächsfäden mit den anderen europäischen Nationen aufrecht erhält und sich da als Vaterländer miteinander begegnet und versucht zu allerlei Vorteil, zu allerseits Vorteil, wirtschaftliche Verbindungen aufzubauen, vielleicht auch freundschaftliche Verbindungen aufzubauen, vielleicht Handelsschranken, auch persönliche Schranken abzubauen, das ist durchaus glücklich. Aber wie es ja so oft ist, wenn man mit einem guten Gedanken startet, hat sich daraus im Prinzip in einem Strudel ein riesengroßer bürokratischer Apparat gebaut, der in seiner Selbstbeschäftigung, klassische Systemtheorie, immer weitere Felder an sich zieht und immer mehr Bürokraten schafft, und mittlerweile ja in das alltägliche Leben der Menschen hereinregiert und etwas, was man hier auch in der nationalen Presse ja doch deutlich unterrepräsentiert nur wahrnimmt. Also es werden dort Entscheidungen getroffen, die für unser aller Leben maßgeblich sind, wo nationales Recht in den Bereichen, wo es miteinander in Kontakt steht, oftmals ausgestochen wird und dennoch erfährt man da erstaunlicherweise über die offiziellen Kanäle sehr, sehr wenig darüber, was dort irgendwelche oftmals niemals gewählten Bürokraten auf den Weg bringen und für uns alle dann im Prinzip dort bescheinigen. Sei es in der Fiskalpolitik, sei es in der Migrationspolitik, sei es bei verschiedenen anderen Entscheidungen, was zum Beispiel auch Gesundheitspolitik und WHO-Verträge etc. angeht. Etwas also, wo eine demokratische Legitimation oftmals fehlt, wo eine Darstellung, damit man vernünftige, aufgeklärte Entscheidungen als Bürger, also als Subjekt der Politik und nicht als Objekt der Politik, wie man uns oftmals behandelt, überhaupt treffen kann. Und auf der anderen Seite mittlerweile ein Bürokratismus und eine überbordene Finanzmacht, die da auch hinter steht, was uns als AfD schon vor einiger Zeit, auch das ist ja, ich sag mal, eine unserer Gründungsideale, natürlich nicht, wie man es darstellt und gerne und unschön framet zu Europafeinden macht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, aus einer Liebe zu Europa und zu den unterschiedlichen Vaterländern, auch zu den unterschiedlichen Kulturen, Nationen, Geflogenheiten und der Vielfalt, die wir ja nun mal auch in Europa einfach haben, wo es Kleinststaaten gibt, die ganz ausgeprägte Eigenheiten mit sich bringen, die wir auch erhalten wollen, die wir für schützenswert und nett empfinden und nicht in einem Einheitsbrei aufgehen lassen wollen, dass wir da sagen, diese Europäische Union, so wie sie aktuell existiert, muss maßgeblich reformiert werden, muss in ihren Befugnissen, muss in ihren Mitteln maßgeblich zurecht gestutzt werden. Sollte das nicht möglich sein, sollte diese Reformationsbewegungen scheitern, müssen wir generell als Deutschland darüber nachdenken, ob das denn dann überhaupt noch zu unserem Vorteil ist. Denn es gibt doch viele Dinge in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast, die da in eine Richtung gegangen sind, die sich wahrscheinlich auch in der Zukunft noch, sei es die Schuldenunion und anderes, wo sich sicherlich beispielsweise, wenn man ein bisschen ein Auge auf die französische Presse hat, Präsident Macron und andere, die gerade sehr, sehr viele Schulden aufnehmen und sich da im Staatshaushalt verausgaben, mit dem Blick darauf, dass das gegebenenfalls eine europäische Lösung irgendwann erfährt und man gemeinsame Schulden auf den Weg bringt. Es birgt so viele Risiken für Deutschland und den Wohlstand der Menschen hier, der Bürger hier. Wir hatten es vorhin das berühmte Zitat, Deutschland ist ein reiches Land. Ja, das Land ja, die Bürger mittlerweile nicht. Die Bürger sind mittlerweile oftmals eben weniger reich als ihre Pendants in Frankreich, in Belgien und anderen Ländern, von denen man jetzt nicht ausgeht eigentlich, dass sie wirtschaftlich das mitbringen könnten. Die Europäische Union hat sich extrem nachteilhaft für uns entwickelt und von daher muss sie dringend reformiert werden. Herr Maaßen, Europäische Union. Ja, ich bin, ich sage mal, kein Herzens-Europäer, eher ein Vernunft-Europäer. Also Vernunft insoweit, wenn man sich den Globus anschaut, stellt man fest, es gibt ein paar wirklich starke Mächte, die ihre Interessen teilweise rücksichtslos verfolgen. USA, Russland, China und noch ein paar andere Mächte. Und wenn man sich dieses Europa anschaut, vor allem den Westen-Europa, kann man sagen, das ist ein Flickenteppich von Nationen, von Kulturen, von Völkern. Ich glaube, Putin hat mal dieses Europa als der dicke Rüssel des Eurasischen Kontinents bezeichnet. Ja, da muss man sagen, also wenn wir überleben wollen zwischen diesen globalen Mächten, dann müssen wir zusammenarbeiten. Ja, ansonsten werden wir einfach von den anderen irgendwie vereinnahmen, zermahlen und so weiter. Und dass das passiert, sehen wir ja jetzt auch schon, auch wenn öffentlich nicht so diskutiert wird, wenn wir sehen, dass Häfen an die Chinesen gehen, dass die Chinesen dies oder jenes machen, dass die Amerikaner sich Europa als größter Flugzeugträger bedienen, um ihre globalen Interessen aus Europa wahrzunehmen, müssen wir einfach sagen. Und natürlich, die Russen haben auch ihre Interessen, wenn von russischer Seite davon gesprochen wird, ja, wir brauchen, ja, oder wir wollen einen einheitlichen Raum haben zwischen Lissabon und Wladivostok. Ja, da müssen wir sagen, wir müssen als Europäer aus Vernunftgründen zusammenarbeiten. Aus Vernunftgründen, weil ansonsten bleibt von uns allen nicht gerade mehr viel übrig, weil wir dominiert werden von anderen Mächten. Das macht Sinn, dass man sich zusammentun. Ich glaube, das war auch eine Überlegung gewesen für die europäischen Gemeinschaften, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das so zu machen. Und wie Herr Vincenz vorhin sagt, dann hat das Ganze ein Eigenleben bekommen unter Helmut Kohl. Gut gemeint ist oft schlecht gemacht. Der Euro war nicht durchdacht gewesen. Und wenn er wirklich durchdacht war, das heißt also, wenn das wirklich planvoll war, dann muss man sagen, dann war es ein böser Plan gewesen, weil der Euro ist eine Weichwährung, wie wir wissen. Schadet uns, schadet jedenfalls vor allem den einfachen Leuten jetzt auch mit der Inflation. Schengen war auch gut gemeint, aber schlecht gemacht, als Staaten wie Griechenland dazu kamen, wo ganz offenkundig war, dass die jedenfalls die Voraussetzungen nicht mitbringen für die Außengrenzkontrollen oder wo auch die Bereitschaft überhaupt gar nicht dabei ist. So, und jetzt hat sich Europa in den letzten 20 Jahren hat ein Eigenleben entwickelt, das in mehrfacher Hinsicht gefährlich ist für die nationale Identität der Staaten, die nationale Souveränität der Staaten und für Rechtsstaat und Demokratie. Also es wird immer vom Europaparlament geredet. Es ist kein Parlament, es ist eine Versammlung von gewählten Leuten, aber nichts mit One Man, One Vote. Allgemeines Wahlrecht gibt es nicht. Also ein Malteser und ein Luxemburger hat ein anderes Wahlrecht als wir es haben, hat einen ganz anderen Einfluss auf das Parlament als wir es haben, wir Deutschen es haben. Und der Einfluss im Parlament auf die Politik ist relativ gering. Es ist nicht klein, aber es ist relativ gering, wenn man sieht, wie eine Frau von der Leyen bestimmt worden ist, wo es dann hieß, wählt die CDU, wählt die CSU, dann wird ihr Namensvetter Manfred Weber, wird dann Kommissionspräsident, das ist der Spitzenkandidat. Und nachdem die Leute gewählt haben, wie so oft eben bei der CDU, die Leute haben rein herzens CDU gewählt, weil sie dachten, die würden dann CDU bekommen. Die haben dann von der Leyen bekommen. Plötzlich kam von der Leyen und wurde dann vor die Nase gesetzt. So, Hinterzimmer, Diskussion. Frau Lagarde wurde dann EZB-Chefin, Frau von der Leyen wurde dann Kommissionspräsidenten, Manfred Weber hat die Haken zusammengeknallt, Danke gesagt und abgetreten. So, und das hat nichts mit Demokratie zu tun. So, und diese Übergriffigkeit im Rechtsetzungsbereich und im dirigistischen Bereich der Europäischen Kommission und der Europäischen Einrichtung hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Eines der obersten Grundsätze der europäischen Gemeinschaft war das Subsidiaritätsprinzip. Subsidiaritätsprinzip ist letztendlich Ausfluss von Demokratie. Subsidiarität heißt, Sachen, die auf der unteren Ebene gelöst werden können, sollen auf der unteren Ebene gelöst werden und auch entschieden werden und auch geregelt werden. Also, ich nehme mal ein Beispiel, was auf keinen Fall erklärbar ist, dass es auf europäischer Ebene gelöst werden kann. Wenn Sie sich diese Plastik oder diese Flasche anschauen mit diesem Plastikdeckel, wo der Plastikdeckel bei der Plastikflasche am Flaschenhals befestigt ist, aufgrund einer europäischen Regulierung. Ich muss sagen, Leute, Subsidiaritätsprinzip, wieso wird das auf europäischer Ebene geregelt? Ja, während die Europäische Union nicht in der Lage ist, diese ganzen Schleuserboote von der Türkei in Richtung Griechenland zu stoppen oder von Tunesien in Richtung Lampedusa, maßen die sich an, uns vorzuschreiben, wie wir aus der Flasche zu trinken haben. So das Ding da abreißen müssen. Die EU ist übergriffig geworden, sie verstößt permanent gegen die Subsidiaritätskonzepte und sie schädigt damit maßgeblich die Demokratie, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wirkliche Demokratie nur auf den untersten Ebenen funktionieren kann, wo die Menschen auch wirklich Einfluss haben können auf Entscheidungen, wo die Leute auch die Politiker kennen oder der Abstand zu denen am geringsten ist. Und je weiter es entfernt ist, je weiter die Politik, die die Entscheidungen treffen von den Bürgern entfernt ist, desto undemokratischer ist es. Und dann schlage ich jetzt den ganz großen Bogen, dann bin ich nämlich bei der WHO. Die WHO ist für mich ein völlig undemokratisches, fast diktatorisches Gebilde. Es ist eine internationale Einrichtung, wo man sich fragt, wieso ist dieser Mensch da, den Namen kann ich kaum aussprechen, wenn Tedros ein Maoist aus Äthiopien, wieso ist er Chef der WHO geworden? Ja, er ist Chef der WHO geworden, weil China einen Anspruch hat auf einen derartigen Posten. Wenn ich sage, aha, also mit Demokratie hat das relativ wenig zu tun. Und dann frage ich mich, welchen Einfluss hat Deutschland darauf, welchen Einfluss haben unsere gewählten Volksvertreter auf ihn? Eigentlich gar keinen. Null, null, null. Und dann will man diesem Mann mit seinen Mitarbeitern die Befugnis geben durch diesen WHO-Pakt, über den, glaube ich, im Mai entschieden werden soll, zu entscheiden, ob es Lockdowns gibt. Und wie wir in einer Pandemie zu leben haben, muss ich sagen, never. Das geht nicht. Das geht nicht. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist schon nicht mehr das schleichende Hineinwachsen in den Totalitarismus. Das ist das galoppierende Springen in den Totalitarismus. Kann ich nur für die Werteunion sagen, so etwas würden wir nicht mitmachen. Niemals. Ein WHO-Pakt. Ich bin für eine internationale gesundheitspolitische Zusammenarbeit. Aber keine demokratischen Rechte, keine Menschenrechte von Menschen, die in Deutschland leben, von Deutschen. Eine derartige Institution, wo ich den Eindruck habe, ein Bill Gates hat mehr Einfluss auf den Direktor der WHO als gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Verehrte Zuschauer, wir haben dieses Gespräch geführt mit zwei Hochkarätern. Zum einen unserem Gastgeber Dr. Martin Winzenz, zum anderen dem Vorsitzenden der Werteunion-Partei Dr. Hans-Georg Maaßen. Schnittstellen daraus überlasse ich Ihnen, überlassen wir Ihnen, zu erkennen, wo sind hier Gemeinsamkeiten oder wo gibt es Gegensätze. Was uns hier eint, ist der Wille nach einer Politikveränderung, die dringend notwendig ist, wie wir herausgehört haben. Das ist nicht polemisieren, sondern das ist eine Realitätsbetrachtung. Insofern bedanke ich mich bei Dr. Martin Winzenz, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Bei Dr. Hans-Georg Maaßen, dass er aus Berlin angereist ist. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, und sage, ja, bitte informieren Sie sich und denken Sie nicht einseitig und schauen Sie mal über den Tellerrand hinaus. Vielen Dank, die Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.